Ja Leute, willkommen zurück zu Let's Battle Super Smash Flash 2, es ist mal wieder Samstag und ich muss das hier mal umstellen. Ja, wir wollen, na, ich finde es im Leben etwas viel, aber das Einkampf, ah, ca. 18 Minuten passt schon. Ich habe die Items, jetzt nur noch auf diesen Ball, na, die Förder können wir jetzt auch wegnehmen, Kohleis können wir auch wegnehmen, nein, die lassen wir. Ja, Pokéball, Heffertrophäe und Bomben, ich hatte mal in Bronwen Match mit Bomben und Pokéball, das war so hammergeil, die kamen so auf keiner Items, nix anderes. Ja, also zwei Sachen, die man so im Prinzip aufnehmen kann und die muss dann ja, die müssen, das ist eher unsichtig. Auf jeden Fall, nein, kein Time Limit, wow, 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 Moment, habe ich da was gesehen? Geil, 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 Moment, nein, das, das muss ich jetzt einfach mal so Gamepad reinmachen. Ich habe die ganze Zeit nicht gesucht in den Optionen, wie man das jetzt mit dem Gamepad machen kann, verdammt, verdammt. Verdammt, wenn das jetzt wahr ist, wenn das jetzt wahr ist, dass ich das jetzt mit dem Gamepad mache. Du übernimmst mein Gamepad nicht, ich wollte mich verarschen, ne, jetzt ehrlich, das finde ich scheiße. Da steht, äh, ja, das sind die normale Controls, eh egal, verdammt. Dann war das umsonst Zeitverschwendung und ich habe ja gesagt, dass ich jetzt mit Sora spielen werde. Alle Computer wieder auf, random, und ich bin mal so, hey, nicht auf fünf, auf sieben, bin mal so frei und stelle sie auf sieben. Ja, dann, welche Map nehmen wir? Eine King, oder was, gibt es noch eine andere? Nein, das war ja noch die Twilight Tomb Map und ich hoffe, ich habe die Steuerung noch drauf. Aua, warum muss das jetzt ausgerechnet wieder lenken? Was ist er ehrlich? Ja, es muss ja wieder lenken. Oh mein Gott. Warum ich so overpowered finde, so ein bisschen, das konnte ich jetzt nicht zeigen. Jetzt aber. Das kann, wenn die Gegner so viele Prozente haben, voll wegschießen. Warum machst du zweimal voll? Unwichtig. Na ja. Ja. Lecks sind total... Ey, nicht runterfallen hier. Also, warum das immer länger ist, wenn ich aufnehmen will und sonst nicht. Verdammt, verdammt. Ich frage mich, wie der Computer eigentlich im Heiß gemacht hat. Das sind seine... Uh, Smash-Attack. Ey, machst du mal die nach oben. Hallo? Hallo? Ey. Kann doch jetzt nicht wahr sein. Geht doch. Oh, Aero. Kann man... Ja, man kann das Schwert sogar nach unten lenken. Aber nur minimal. Kommst du auch wieder? Ich hab mich schon gefragt, wo du bleibst. Äh, ja. Wie kann Son Loco die Jukai-Yori machen? Äh, ja. Ja, wie auch immer ich gerade gesagt habe, Schlag mal. Äh, unwichtig halt, ne? Es ist halt so gewesen, anscheinend. Aua, ich bin vorher schon weggeflogen. Wie? Wie bin ich gerade geflogen? Ich seh' jetzt ehrlich. Wie? Es gibt so viel, was ich jetzt nicht verstehe. Aber unwichtig. Pokéball, ich bin schon... Ich wollte sie aufnehmen, verdammt. Äh, ja. Ja, nein, nein. Ja, ich bin auch. Jawohl. Hä? Wieso machst du jetzt Feier? Ich hab doch gesagt, hier, Schwerz und so. Ich bin gespannt, was sowas sein und wie Power dünnstens ist, wenn ich mal nach vorne komme. Äh, nach vorne, nach oben. Okay. 3, 3, genau. Wo soll ich wissen, welche Kraft Dreieck ist, verdammt. Äh, das war nicht geplant. Was? Das ist ja auch schon wieder. Komm. Komm. Komm, trifft das, wenn ich nach oben drücke? Ha, so was von trifft das. Feuer! Ja, oder auch nicht. Feuer. Ja, okay. Ja, ame, 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 ame. Wann hört es endlich wieder auf zu lenken? Was heißt wieder auf? Kommt schon, Goku, flieg. 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 Wie? Ich hab sie auf sieben gestellt. Die machen trotzdem fast gar nichts. Ah, wie schön das. Das ist nicht. Ich find's dumm, dass die nichts machen. Aua. Komm, nein, nein. Wie auch immer, ich grad geflogen bin. Wieder. Tja. Ja, komm. Darf ich auch mal was machen? Au, ich renne auch noch vor mir drei. Flieg jetzt. Geht doch. Wie hat dieser Computer Eis gemacht? Ich hab mich immer noch, wie der Computer Eis gemacht hat. Ich hab jetzt jede Art von Kombo rausprobiert, die ich ausbraue oder so kenne, in Kombination. Ich will Pokéball werfen. Puh, ho, ho, ho. Relaxo. Komm, relaxo, komm runter und kick ja schon weg. Und Lloyd auch. Äh, ja, wie auch immer mich die Explosion nicht erwischt hat, ich würd's gar nicht erst wissen. Ja, genau. Egal. Ich will nicht wissen, wie man. Komm, komm. Ja. Beide sogar getrunken. Nein, ich hab nicht Feuer gemacht, Spiel. Ich hab das gemacht. Aufstehen, Songo, go. Oh, wie die Computer da oben. Einfach immer nur falscher Knopf stehenbleiben, bis man hinkommt. Und man echt nicht zum aushalten. Wie man schwert auch eigentlich zu mir weg, die nicht zu mir kommt und trotzdem dann am Ende bei mir ist. Ja, so etwa. Wo ist hier ein Pokéball gelandet? Und noch einer. Dass man auf der Karte nicht die Items sieht. Komm her, er trifft mich nicht. Aufzusp... Nein, 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 nein. Ich bin nicht aufgerissen. Wie hab ich das denn gemacht? Moment, es gibt ja noch einen. Nein, funktioniert eigentlich nicht. Boah, Leute, kämpfen und nicht dumm rumstehen. Äh. Äh, was soll daten? Warten daten! Egal. Wo bin ich? Oh, da. Wenigstens leckt es jetzt nicht mehr. Nehme ich überhaupt noch auf? Ich pause immer. Ja, müsste eigentlich. Keine Ahnung, was das war. Mein Pokéball! Mein! Mein! Mein, verdammt! Stirb! Ja! Aufgeladenes Kami, Hami, Hami, Das habe ich zwar nicht gemacht, aber Mein! Mein! So, wo ist denn der andere? Wo ist denn, bitteschön, verdammtes Treib? Ähm, da bin ich. Ich hab mich gerade verwechselt. Oh, Silver. Ist das super? Hallo, ich wollte die ganze Zeit sowas machen. Aber nein, er hat nicht aufgehört zu drücken. Egal, ob ich aufgehört habe zu drücken oder nicht. Aber warum funktioniert das jetzt auf einmal? Ja, nee. Nein, ich hab nach oben gedrückt. Nein. Mein Gott, verdammt. Leute, du kriegst jetzt weg. Ich hab keine Ahnung. Ja. Oh, Lakiko. Aua. Buckeball. Volltreibbar. Aua. Ein und die hier. Das bringt mir in dieser Position schon eher was. Schon sehr viel. Ja, hin und her. Okay, das hat funktioniert. Falsche Richtung. Das wollte ich gerade machen. Egal, zu mir nicht. Ah, das... Quickt ihn aber nicht weg. Meine. Das ist gut. Oh, schon wieder so... So einer. Stürm, Yoshi! Ich hab nichts gegen dich, aber... Ey, kannst mal wegkommen. Na, geht doch. Oh, London. Ey, du solltest wegfliegen. Äh, jetzt bin ich weggeflogen. Was? Moment. Was? Bin ich gerade schon wieder... Geflogen? So, jetzt. Was ist zum Gucki schon tot? Ja, ich weiß immer noch, welcher Knopf... Dummes Dreieck ist... Das ist scheiße. Was ist diese Trio... Die müssen uns atabeln. Nein. Oh, Samba wieder. Ja, wie auch immer ich immer noch fliege. Stirb! Du fliegst zwar noch nicht weiter, aber egal. Nein, 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 nein. Oh, ich bin so doof. Oh, ich bin so doof. Oh, oh. Okay, schon weg. Okay. Tome Kick. Nice. Oder war es sprichig? Moment. Mal ausprobieren. Wenn er kann... Das hier... Spam. Noch Runden schlagen. Noch Proben schlagen. Okay. Spammen. Das funktioniert, glaube ich. Bis du ein paar hundert Prozent hast und dann wegkippen. Ja, wenn das ein Kingdom Hearts genauso wäre, dass man ständig attackieren kann, dann wäre es... Total... Heftig. Oh mein Gott. Das war nice. Mal sehen, wo ist der Poco Arena? Aua. So. Darf ich jetzt erfahren? Nein, das war anscheinend... Ja, komm. Nimm Helfer-Trophäe, spring in den Abgrund. Ich will noch einen verdammten... Einen Pokéball. Einen Pokéball, Leute. Der ist nicht wahr. Ich wollte noch raus, mit welcher Knopf jetzt Dreieck ist. Oh mein Gott, das war wohl nichts. Äh, würde ich sagen... Machen wir doch nochmal... Machen wir doch nochmal... Einen Slap. Zwei nehmen... Und auf... Dann... Final Destination, ey. Und dann hoffe ich mal, dass ich einen erwische. Äh, ja, komm. Mach mir 100.000 Prozent. Oder so. Donkey Kong ist riesig, ey. Ich hätte eigentlich jetzt... Oh, meiner, meiner. Ne Combo-Kopf. Nein, nein. Verdammt. Nein! Nicht diese Kacke. Nein! Ich hab sie überall gehasst. Nein. Nein. Ey, man kann... Man kann ja jetzt nicht mal auf dem Panzer stehen. Wollen mich verarschen. Ja, toll. Nur noch er und ich. Ich wollte auch noch den Brawl. Nein, das hab ich nicht gemacht. Na? Meiner. Wenn der den bekommt, den ich am Arsch... Ich will nicht fliegen, ich will... Greifst du an? Ja, nee, greif mal an! Bumm, machst du die ganze Zeit nichts. Ich wollte diesen verdammten Dings. Ich mach jetzt noch eins. Nein, ich will herausfinden, welcher Knopf... Dreieck ist. Und zwar heute noch. Ja, komm. Wedding Room? Was? Ja, du, schon wieder, ne. Wo hast du Lukas genossen? Oh, ich finde Lukas... ...besser. Oh. Jo, komm. Flieg. Brennt. Ich sagte, brennt, verdammt. Oh, Glurak. Ja, genau, jetzt passt es doch. Brennt. Ey, ey. Das ist doch fest. Vielleicht hätte ich jetzt als Einzelkampot. Vielleicht jetzt habe ich auch noch nicht gesehen, was Glurak gemacht hat. Ich wollte gerade mein Feuer einsetzen. Schuhe! Jetzt aber ehrlich. Kommt mal noch ein Smash vor. Alle drei auf einmal wäre schön gewesen. Aua. Oh, 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 nein. Was? Einer schon durch. Wer war das? Ja, Rorsch. Warum bekommst du heute Tendu? Ich bin Brawl. Oh, 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 oh. Ich bin Brawl. Und noch nicht eine Smash-Attacke und ich bin weg. Aber sowas von. Aber sowas von bin ich dann weg. Also, stört. Und einer soll überleben und jetzt kommt ein Brawl Ball. Brawl Ball, komm her. Brawl Ball, tauch auf. Nein, nicht feiern. Nee, ja, jetzt bin ich weg. Oder auch nicht. Stirb. Entweder kommt jetzt ein Brawl Ball oder er ist tot. Und ich fliege weg. Ich bin auch tot. Aber hab gewonnen. Und ich finde bis irgendwann heraus, wo der Dreikopf ist. Heute noch. Nur nicht in dieser Aufnahme. Und ich sag bis zum nächsten Samstag. Und wer war jetzt nächstes dran? Ich glaube, es ist Son Goku. Oh, ich hab keine Ahnung. Nee, ich bin bei einem Fusson Goku.